So, okay, erstmal Geld, äh, Quickstack, so, Demon Knight, Shadow Scales, das komische Band of Star Power, kann ich das hier, das kann ich da reintun, das ist ja schön, dann machen wir das nämlich so, in die komische Piggy Bang, das Ding kommt erstmal da mit rein, äh, die muss, Käthe kommt auch da mit rein, die brauche ich erstmal nicht, also, die ist zwar lustig und cool, aber irgendwie, ne, bin ich kein so großer Fan von. Ähm, Quickstack, falls noch irgendwas, so, hier nochmal ein Quickstack, bitte, wobei, die Potions müssen natürlich da bleiben, nehmen tatsächlich auch direkt erstmal 30 mit, so, und haben wir hier, da können wir auch nochmal Quickstacken, blöpp, irgendwie ist das dämlich, dass die ganze Zeit die Potions da reingehauen werden, ne, und ich sollte vielleicht das auch mal langsam so machen, ähm, und die großen auch mitnehmen, äh, was weiß ich, ich packe die kleinen erstmal da rein, wir nehmen erstmal nur große mit, so, ähm, was wollte ich genau, ich wollte mehr Demonite nachbauen, wo ist, wo ist, da ist Demonite, oh, das ist einiges Demonite, oh, das gefällt mir sehr, sehr gut, so, ähm, dann könnte ich theoretisch, ne, hier gibt's, oh, Millispeed und so, Lightsbane, War Axe of the Night, der ganze coole Kram, aber, ähm, wir wollen natürlich Able to Mine Hellstone, wir wollen die Nightmare Pickaxe haben, ähm, die hat deutlich mehr Pickaxe-Power nochmal, die nehmen wir jetzt, eine Shameful, ja, nee, ist klar, egal, es reicht ja, als Pickaxe ist es ja egal, das Ding behalte ich mal, das packe ich mal hier irgendwo mit rein, die komische tungsten Pickaxe, so, die ist auch relativ flott zumindest, das ist schon mal schön, ähm, das ist die Frage, brauche ich da tatsächlich noch irgendwas anderes aus, ich glaube erstmal nicht, ich habe noch mein komisches Led-Sword, ich könnte natürlich ein neues Schwert bauen, 17, 17 Standardschaden hätte das, aber ich glaube, das lasse ich erstmal, bin mit meiner Rüstung gar nicht mehr so ganz zufrieden, die ist nämlich nicht so toll, ehrlich gesagt, was, was kann ich mit diesem Glaskillen machen, Iron Bars und Torches, ähm, das hänge ich an die Wand, oder was, wie cool ist das denn, ich hänge mir das jetzt hier in die Schmiede rein, weil, keine Ahnung warum, geht nicht, warum geht das nicht, steht der Händler im Weg, oder muss ich das doch, ich muss das doch irgendwo, ja, ich muss das doch da hinschauen, ich stehe erstmal nach draußen, ich weiß nicht warum, aber ich kann auch gefühlt hier nichts tolles neues bauen, läuft, ähm, okay, was haben wir noch so, den Brawl of Hurt, ich nehme ihn erstmal mit, glaube ich, aber hier die Shadow Scales und so, die packe ich natürlich vielleicht erstmal irgendwo hin, weil ich die ja nicht ständig brauche, so, Steemoneye, nehme ich das mit, brauche ich eigentlich nicht, ne, kann ich auch erstmal hier lassen, äh, die Mining Potion, die nehme ich mal mit, die Mana-Kristalle, lasse ich mal hier, äh, das kann ich natürlich auch hier lassen, packe ich das hier rein, ne, wo war das vorher, ich glaube, hier war das vorher, packen wir das hier erstmal rein, läuft schon, so, ich nehme die Bomben erstmal mit, wer weiß, vielleicht brauche ich die noch irgendwo für hier, und dann können wir eigentlich wieder zurück in den Untergrund gehen und tatsächlich, äh, Moment, 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 da drüben ist noch die Triade, was verdickt mir die denn eigentlich so, mit der habe ich nämlich noch gar nicht geredet, so, Status, meine Welt ist 13% Corrupted, das ist traurig, kann ich aber gerade nichts gegen tun, Deathweed Planter Box, Blinkroot Planter Box, oh, wie cool, das ist ja cool, Flower Wall, Grass Wall, Pumpkin Seed, Dirt Rod, Acorn, diese Planter Boxen finde ich cool, weil da muss ich das nicht irgendwo, sonst wo hinbauen, sondern kannst du das theoretisch auch auf irgendeinem Tisch machen oder so, eine Strange Planter, ich habe eine Strange Planter gefunden, stand da so rum, nehme ich erstmal mit, wie auch immer, wir gehen in den Untergrund und sterben hoffentlich nicht hier auf dem Weg, genau, äh, da ist doch, guck mal, das sieht doch nach Demon Knight aus, das da vorne, da gehen wir jetzt erstmal hin, das können wir jetzt nämlich abbauen, das ist auch so direkt krass unter unserem Haus ist, ne, sofort, das Demon Knight, das finde ich echt, echt heftig, und ich glaube, ich buddel mich mal hier noch ein bisschen tiefer, einfach auf dem geraden Weg, jetzt wo das relativ flott geht, ähm, da kommen wir noch hier in eine komische, ist das Led oder Tungsten, das ist Led, okay, eine komische Ledader, aber dann können wir weiter quasi ganz durchspringen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, ne, wenn ich mich dann hier fallen lasse, komme ich da bis in den Pilzwald wahrscheinlich rein, wenn ich das, wenn ich so weiter grabe, theoretisch wahrscheinlich noch darüber hinaus, wenn ich das gerne möchte, wenn ich das entsprechend grabe hier, ist Viecher, so, ich lasse das erstmal hier, dann kommen wir wie gesagt bis in den Pilzwald runter, und haben hier einen relativ großen Platz, äh, wo wir dann hinfallen können, sag ich mal, so, und dann geht's, würde ich sagen, nach hier erstmal weiter, so, erstmal einen Schluck Kaffee, so, wir haben einige Bosse getötet, da muss der Snizzle sich erstmal einen Schluck Kaffee gönnen, sonst wird der auch noch ganz kalt, das wollen wir ja nicht, so, also, wir können jetzt Hellstone abbauen, was bedeutet, theoretisch können wir hier tatsächlich, beginnen tiefer zu gehen, oh, ein Meteor ist gelandet, das ist nicht so schön, hehehe, bitte sag mir, dass er nicht in meinem Haus gelandet ist, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube fast, das geht nicht, also, ich glaube, das spawnt extra nicht zu nah am Haus, kann mich täuschen, aber ich meine schon, so, ich möchte immer noch tatsächlich einen Hook haben, ich habe zwar jetzt einen komischen, oh shit, das war blöd, ich habe jetzt zwar einen komischen, wie heißt es, ein Grappling-Hook, komisches Granitviech, aber, ich hätte gerne einen normalen, das gibt nämlich ein Achievement, hehehe, wie wichtig und so, nein, aber, ne, komisches, komischer, normalen Grappling-Hook, da kriegt man zumindest, ein komisches Achievement, im Sinne von, wie heißt es, Progress für, was gar nicht schlecht ist, weil, mit den Dingern kann man dann zumindest halbwegs gucken, wo man ist, progress-technisch, und wo man hin will, wo man als nächstes hin muss, so, das Demon Knight nehmen wir natürlich mit, wir haben zwar inzwischen schon einiges, aber, schaden tut es nicht, hallo, nimm das bitte mit, lässt er das Demon Knight da liegen, ich glaub's ja wohl, hier ist auch noch was, Demon Knight, und damit können wir theoretisch auch, glaube ich, inzwischen schon die, äh, Dingens abbauen, die Dingens, die wichtigen Dingens, ähm, die, 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 den Ebon Stone aus der Corruption, den meinte ich natürlich, so, Red Husk, hab mir gedacht, ich nehm das Viech mal mit, so wie Schaden wird's schon nicht machen, so, und hier geht es dann, so wie es aussieht, tatsächlich aber in die Hölle runter, wenn ich mich jetzt weiter nach unten grabe, natürlich, wo ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich das nicht, da hinten, sieht es doch schon in Richtung Hölle aus, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal da lang, und dahin, das könnte nämlich ein relativ normaler Weg in die Hölle sein, wenn ich mich jetzt hier so, oh, wenn ich mich jetzt hier so reingrabe, wollte ich sagen, ist da gerade ein Granitelement da hinter mir her, glaub's ja nicht, Mistviecher, dreckige Mistviecher, ich sehe nichts, ich sehe nichts, und ich habe ein Granitelementar hinter mir her, und ich sauf gleich, so, puh, das war close, ich habe nämlich echt nichts mehr gesehen hier unten, und das komische Elementar da, hinter mir, ist ja nicht schön, so, da muss ich gleich ein bisschen der Lava ausweichen, jetzt kommt wieder der, ich sag mal, gefährliche Teil, ich möchte das aber nicht machen, indem ich, ähm, indem ich da Wasser reinlasse, das halte ich für eine blöde Idee, sondern wir werden das hier, genau, ich werde da so seitlich rausgraben, dann haben wir da nämlich nicht direkt irgendwie das Wasser in der Hölle rumhängen, was vielleicht gar nicht so dämlich ist, grundsätzlich, aber, ähm, ne, wenn da die Hölle ein bisschen weniger feurig ist, hänge mich mal da so hin, und hau das dann da ab, so, kann das da runterlaufen, die ist nicht gut, die möchte ich da gerade nicht haben, da vorne das ist Silber, das ist alles nicht ganz so wichtig, äh, jetzt ist die Frage, ich glaube, ich buddel mich mal hier so dran lang, rutsch, okay, äh, 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 das war knapp, äh, 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 für sowas hat man hier einen Grapplinghook dabei, ähm, ähm, da war eine Falle, die kann sehr, sehr schlecht ausgehen, die Falle, so, da rechts scheint es durchaus ein bisschen weiter zu gehen, das heißt, wir gehen jetzt mal in diese Richtung hier weiter, kann das sein, weil das Ding mehr Reichweite, dass ich da bis da ganz hinten hingekommen bin jetzt, habe ich das Gefühl, normalerweise, würde ich da noch nicht so weit kommen, tropft schon die Lava, toll, ist hier eine komische Cave Bed, was, Goblin Army, go, go, what the, Goblin, Goblin Army, ähm, wir müssen, wir müssen an die Oberfläche, ähm, bevor die, unsere, von, von West, West stand da glaube ich, ne, ich glaube da stand West, das heißt, na komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ich muss mich ein bisschen beeilen, dann halt nicht, okay, erstmal machen wir hier die Tür zu, auf der Seite, ich mache hier überall die Türen zu, glaube ich, das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich hier, so Triade, du, du musst da drin, hinten auch ausharren, so, du wirst eingesperrt, sorry, dann machen wir das hier natürlich wieder zu, so, Goblin Army has arrived, na herzlichen Glückwunsch, so, ach du Schande, ja, das ist ein, das ist ein Magier, what the fudge, und was macht die Triade da, oh wie absolut, geil, shit, die können sich hier rein teleportieren, ich, ich muss das wieder, ich mache das gleich wieder auf, glaube ich, oh die Triade ist ja cool, fängt ja plötzlich an, irgendwelchen Arten, Stuff zu channeln, okay, Goblin Army, da sind sie, sterbt alle, sterbt alle, ich habe hier den, ich habe den Eater of Worlds erlegt, ihr könnt mir gar nichts, hoffe ich, nein, die machen schon wenig Schaden, würde ich sagen, aber, ich habe das Gefühl, einen töten ist, ein Prozent clear, das ist gar nicht schlecht, inzwischen gibt es da nämlich, diesen coolen Progress Bar, der gefällt mir natürlich, ja, es werden immer mehr, es werden immer mehr, beziehungsweise, es werden immer nervigere, da sind nämlich noch Magier jetzt wieder bei, die, ah shit, und dann ist der Magier auch noch da hinten drin, ne, die Fernkämpfer sind extrem unschön, weil die mich so komisch auch noch in der Gegend rumschubsen, hier bei der Aktion, Au, 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 komische Scouts, die sind so flott unterwegs, sterbt, ihr dreckigen Goblins, sterbt, ich brauche einen Heiltrank, ich brauche langsam einen Heiltrank, es wird Zeit, komm, geht kaputt, Diebe, hässliche, hässliche Drecksviecher, da ist die, äh, Triade und, rockt hart, ich weiß nicht genau, was die tut, aber, es sieht zumindest aus, als würde sie hart irgendwas rocken, was schon mal sehr, sehr schön ist, da ist wieder ein Magier, dreckiger Goblin-Magier, ist ein Sorcerer, wo, ist natürlich ein Unterschied, au, 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 ne, komm, an die Wand, werdet ihr standrechtlich erschlagen, werdet ihr, hätte gerne eine, genau, eine Potion, genommen, ey, die machen Schaden, hart, die Goblin Warrior machen hart Schaden, vor allem, ich darf nicht in die reinlaufen, ansonst, ouch, und die Magier nerven vor allem, extrem, warte mal, ja, wie ist ein Erder hochgekommen, wie ist ein Erder hochgekommen, ah, Hilfe, ich muss hier ganz schnell raus, mal gerade, das Erder oben steht, ist nicht gut, du darfst jetzt erstmal, du kratzt jetzt erstmal, ab hier, das geht ja gar nicht, da unten ist noch so ein Bogenschütze, die Goblin Army, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte gerne einen weiteren Drang, ich kann das nämlich auch, ich kann auch schießen, oh, ist ja ein Magier, der Magier sieht mich scheinbar auch, ich glaube den Peon, okay, da ist noch ein Magier, das ist fies, die können durch Häuser und so, durchschießen, so, erstmal einen Drang, und dann, auf, zurück ins Getümmel, ich werde jetzt versuchen, von der anderen Seite hier aufzuräumen, damit hoffentlich, die komischen, arg, die Bogenschützen, arg, die fiesen Bogenschützen, da kommt wieder, äh, arg, ich liebe mich, hab zu, shit, oh oh, oh oh, oh 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 oh, he he, Schande, ich habe keinen, ich muss eigentlich mal, ich muss da mal rein, ich muss zur Nurse, ich mach hier mal auf, auch wenn hier, auch wenn das relativ gefährlich ist, aber Nurse, du musst mich mal gerade heilen, sonst kann ich hier nicht weitermachen, so, kommt der rüber, nein, die kommen da nicht rüber, es sah nur so aus, als kämen die da rüber, oh Gott, die, da vorne kommen sie rüber, shit, 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 ich muss sie da drüben beschützen, nein, Nurse, wie sind die hier jetzt drüber gekommen, ich habe eine Harpune gefunden, cool, du hässlicher Magier, ey, manchmal, ja, die spawnen hier, das wird sein, die spawnen einfach hier drin, und dann, es ist ein bisschen zu breit gefächert hier, deswegen, wenn ich hier bin, ernsthaft, dreckiger Magier, ey, leider ist mein Schwert nicht ganz groß genug, damit ich den da oben drauf auch treffe, und vor allem mein Schwert kann keine, scheinbar keine magischen Geschosse kaputt machen, und ich muss mal schnell meine, in mein Haus, weil da stehen Goblins drin, hat er gerade den Magier gesprengt, ich glaube, mein Devolutionist hat den Magier gesprengt, das ist schön, das hat doch funktioniert, cool, ich finde das toll, dass sich die NPCs jetzt irgendwie verteidigen, das ist total lustig, ich könnte, ich trau mich aber, nee, komm, ich werde da unten keine Bombe reinschmeißen, das ist, glaube ich, eine ziemlich dämliche Idee, hier sind so gerade so viele Warrior, das ist schlecht, die will ich da nicht, die Warrior müssen da weg, ich bin leider gerade dabei beschossen, wie ich die hier vermöbel, aber es werden zumindest langsam sterben sie, wenn sie tot sind, kann ich alles andere mittöten, oder hinterher töten, ich darf halt nicht reinlaufen, weil die Warrior machen wirklich eine Menge Schaden, ich bräuchte so ein Anti-Knockback-Shield gegen die, der Knockback durch die Archer ist ultra nervig, ich glaube, wenn es mir zu schlecht geht, gehe ich wieder rein und lasse mich von der Nurse heilen, ist da gerade einer reingefallen, ich glaube, da ist gerade einer in meinem komischen Fahrstuhl, nenne ich das schon, in meinen Minenschacht gefallen, was sehr, sehr lustig und schön ist, gefällt mir, hör jetzt auf da, ach das sind auch, oh, das sind aber viele hier, also viele Archer vor allem, das ist ja klett, warum die, so viel in der Pampa rumschießen, Hilfe, Nurse, 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 Medic, was macht er denn da, achso, das ist ein Archer, der steht da drin, den kann die Nurse einfach töten, das kriegt die schon hin, denke ich, ich muss zu den dreckigen Bogenschützen, da hinten hin, wir werden jetzt einfach in diese Richtung geschlagen, kommen dann hoffentlich irgendwann da hinten auch an, und sterben gerade langsam, so, komm, geht alle kaputt da drüben, dann gehen wir gleich erstmal nochmal wieder in die Hütte rein, da stehen nämlich plötzlich ganz viele Leute drin, das geht so nicht, Oh, ich glaube tatsächlich, die Triade könnte hart helfen, wenn ich die lassen würde, aber ich bin zu blöd, und hab die da eingesperrt, ich hätte sie nicht einsperren sollen, wahrscheinlich, ganz ehrlich, Triade, du darfst, kannst, solltest, wo ist mein Mauszeiger, da vorne ist mein Mauszeiger, ich lass die Triade jetzt da raus, wenn sie möchte, wenn sie möchte, dann kann sie jetzt da raus, nach da oben, ich wollte gerade sagen, irgendwo ist hier eine, da drin liegt auch noch ganz viel Geld, wir sind auch, wir haben sie fast besiegt, wir sind bei 88%, wir haben sie fast zurückgeschlagen, es werden, Alter, viel Magier stehen denn hier hinten rum, Hätte mir vielleicht doch vorher, ein sinnvolleres Schwert bauen sollen, mit sinnvoller meine ich stärker, eins aus, Demon Knight zum Beispiel, so, dreckige Goblin Army, sterbt, Letzten Goblins, werden auch noch fallen, hoffentlich, bevor ich falle, am besten, habe ich ihn in das Loch zurückgedrängt, aus dem er gekommen ist, naja, ich glaube nicht, dass er aus dem Loch gekommen ist, aber aus irgendeinem Loch, wird er gekommen sein, so, wir haben sie zurückgeschlagen, meine Freunde, das war ja eine Aktion hier, wollte ich gerade so in die Hölle gehen, und dann sowas, Quickstick, haben wir hier auch irgendwas, nein, haben wir nicht, ich dachte gerade, vielleicht haben wir ja auch irgendwas, bekommen, was uns daran erinnert, dass wir die Goblin Army vermöbelt haben, scheinbar aber nicht, die Harpune, tue ich mal so lange hier rein, Granit, Strange Plant, Matt, wo ist mein Matt, 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 wo ist der Matt, da ist der Matt, den schmeiße ich nämlich weg, den brauche ich nicht, so, gute Frau, heile mich doch mal gerade, okay, dann kommt da auf der anderen Seite, wird das natürlich wieder aufgemacht, die Triade kriege ich glaube ich demnächst noch einen Baum aus, in diesem, komischen, Stein, Dinge, das passt da überhaupt nicht zu der, die brauche ich ja nicht in dem komischen Stein da, umhängen, macht ja keinen Sinn, muss sowieso vielleicht mal irgendwie noch wieder schon dann neue, Gebäude bauen, in denen die Leute wohnen können, wenn ich mir das so angucke, dann scheint gerade alles belegt zu sein, okay, wir brauchen also noch neue Häuser, verzieh dich, so, was hatte ich gerade unten gemacht, ach oh, und irgendwo war ein Meteor gelandet, ne, okay, ja, ich würde aber mal sagen, wir haben eine Menge erlebt, dieses Mal, wir haben zwei Bosse getötet, wir haben eine Goblin Army zurückgeschlagen, wir haben, äh, einen weiteren, Blattenmoon überlebt, das war es erst mal für die heutige Session, also, beim nächsten Mal, geplanterweise, neue Häuser bauen, ein schönes Baumhaus für die Triade, und vielleicht den Turm halt weiter bauen, der sollte ja eigentlich auch nochmal so nach außen hin sich, äh, erstrecken, ich mache hier irgendwelche Gesten, dabei habe ich gar keine Webcam an, aber, ähm, ich bin im Moment Streams gewohnt, die wir ja in letzter Zeit ein bisschen öfters gemacht haben, so, es soll natürlich, ähm, jetzt wieder regelmäßiger weitergehen, ich hoffe, das klappt, äh, ich hoffe auch, es hat euch gefallen, bis hierhin, bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen, und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal dann, also, tschüss! Tschüss!